jo servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar wie schon auf facebook und snapchat alles klar auf snapchat gesagt eine große ankündigung ja ich sag gleich vorweg ich weiß es nicht hundertprozentig ob ich es ganz durchziehen werde aber ich versuche es auf jeden fall und zwar habe ich vor vom ersten dezember bis 24 dezember 24 videos zu machen also jeden tag ein video 24 tage lang also als kleines adventskalender special sag ich jetzt einfach mal adventskalendertürchen aufmachen ja keine ahnung auf jeden fall werde ich da jeden tag ein anderes video machen am ende des tages werde ich dann auch mein türchen von meinem adventskalender öffnen und ja ich habe so ein bayern kalender also nicht allzu groß ist immer nur schokolade drin aber welcher spieler drin ist und so übrigens hat nur 100 gecheckt über 20 topstops danach hatte ich keinen bock mehr auf jeden fall ich hoffe ich schaffe es mit den 24 videos wenn ich versuche ich auf jeden fall jeden zweiten tag also jeden zweiten tag will ich auf jeden fall schaffen wenn nicht dann bin ich schlecht alles klar nein ich versuche dass ich 24 videos hinbekommen ich werde wahrscheinlich wahrscheinlich werde morgen schon anfangen ein paar videos vordrehen sogar und immer das türchen öffnen kann ich dazu schneiden und ja ich hoffe ihr freut euch drauf wenn ja lasst mal daumen nach oben da ja das einfach mal keine ahnung 15 20 daumen nach oben da einfach mal so damit ich sehe ihr wollt es auf jeden fall und ja das soll die große ankündigung sein ich weiß nicht ob ihr es so seht wie ich es sehe aber auf jeden fall ach so was überhaupt wird da kommen also es wird verschiedenes kommen es wird doch wahrscheinlich top youtuber kommen 5 youtuber dann wird mal wieder ein paar lieblingslieder von mir kommen zweite ich kann heute kein deutsch mehr zwei drei points ein paar challenges und so weiter youtube live auf jeden fall auch und mal gucken was noch ich hoffe ich hätte 24 videos schaffen hoffentlich fallen mir auch so viele ein wenn ich ja ja ich hoffe es wird euch gefallen und dann hätte ich sagen bis dahin kommt kein video mehr es sind ja eh nur noch zwei drei tage also geht es am ersten schon los und ja dann hätte ich sagen bis zum ersten dezember haut rein und ciao bis zum nächsten Mal